Wir genießen jetzt noch die letzten Tage am Knie, denn bald ist unser Urlaub leider wieder vorbei. Aber wir kommen ja hier immer wieder. Wir lieben es, unser Kraftort zum Auftanken. Es ist richtig heiß wieder. Und mal schauen, was wir heute machen. Uhu! Guck mal, das Lötter! Noch? Nee, ist jetzt gut hier wieder. Wir sind im Café Pustekuchen und Jenny muss hier so einen Trümmer essen. Der ist super lecker. Riesentorte. Hier kann man auch sehr schön draußen sitzen im Strandhorn. Wir sind aber drinnen, weil es ist so heiß. Nette Klonläuter hier im Pustekuchen. Aber hier kann man auch ganz nett sitzen. Hier drin ist nicht ganz so heiß draußen. Und die Bedienungen sind sehr, sehr nett. So, jetzt zeigen wir euch mal die Friesentorte hier. Ein Mordstrümmer, aber schweinelecker. Mama, fass ich ja, dass du klatsch hast. Ja, ich passe auf. Entschuldigung. Du isst ja dein Eis, ne? Das ist ja auch ganz, ganz, ganz lecker. Mh, und selbstgemacht. Und bekommst du den Backstein bewältigt? Gib mir Mühe. Mh, meine auch. Ja, es ist so einfach. Friesentorte schmeckt nicht überall gleich. Aber ähnlich, oder? Immer wieder lecker. Alles lecker auf ihre... Mh, Latte-Vanille. Wir sind in Norddorf. Es ist so heiß. Bollerwagenverleih. Wie niedlich. Das Auffall mit Dach oben drauf. Wir gehen jetzt an den Strand. Wir leihen uns jetzt mal am Strand eine ordentliche Schaufel für einen Euro aus. Schmeißt man hier rein den Euro. So. Da. Welche nimmst du mit? Das ist das. Die da? Ja. Cool. So, jetzt geht's zum Wasser. Wir haben schon wieder über 30 Grad. Einfach herrlich. Wunderbare Wellen heute. Oh nein. Juhu. So kann man sich hier erfrischen. Oh. Und Melina, macht heute den Freischwimmer. Vielleicht. Rein in die Fluten. Ah. Schaut unser Werk. Strandburg von und zu. Amrum. Hammer, mega schön. Gesundheit. Gesundheit. Melina. Guten Tag Möbel. Und hopp. Die nächste Welle kommt. Und hopp. Hier ist der Beweis. Wir geben unsere Schaufel wieder ab. Zack. So, Strand ist vorbei. Wir laufen wieder zurück. Gucken wir mal, ob wir hier einen Platz kriegen. Mal schauen, ob hier schon alles voll ist. Sollen ganz, ganz frische Burger machen. Schöne Erektation. Also Kinder, was essen wir jetzt? Ohne Gurken, ohne Zwiebeln, ohne Tomaten. Das ist gar nichts. Wow, sieht das heiß aus. Und die Süßkartoffeln mit Sauckelen sind die lecker? Ja. Wow. Na, dann lasst ihr euch schmecken. Guten Appetit. Was habt ihr Kinder? Du hast einen Burger, ne? Schmeckt's Melina? Finn? Pommes. Poutine. Oh mein Gott, ist das lecker. Hm, probiert es mal. Bist du satt? Bist du satt? Immer noch nicht. Brauchst du noch zwei Burger? Au, au, au. Das ist auch hier ein Hotel. Das Hotel Ankara. Oh, ist das Wetter noch schön. Wir haben 20.30 Uhr. Und die Sonne ist noch so toll. Auch das ist am Rum. Wald. Und die Heide. Oh, ist das schön. Wir laufen jetzt übrigens von Norddorf nach Nebel. Das sind jetzt fast 10 Kilometer, weil wir so wahnsinnig viel Zeit haben vom Bus, bis er kommt. Na ja, das haben wir noch, oder? Vielleicht ist das nicht schön. Hier ist auch so ein Räddachhaus. Das ist kurz vor Nebel. Und die Heide blüht so schön. Es ist jetzt fast 22 Uhr. Und wir haben fast immer noch 28 Grad. Es wird langsam dunkel, aber wir erreichen bald, ich glaube, in zwei Kilometer Nebel. Wir haben es geschafft und sind im Nebel. Aber der wahre Applaus gilt den Kindern, die so weit gelaufen sind und durchgehalten haben. Und jetzt warten wir hier auf dem Bus. Kinder, ihr seid gut gelaufen. Tschüss, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Video.